CND3 cool, auch die Studie aus dem Stall von Markus Klug ist für den Preis der Winterkönigin genannt. Und dann haben wir mit 99 für CND Programm Nummer 2 Fashion Queen aus dem Dresdner Quartier von Claudia Barsig. Jetzt wird noch cool. Alle sind in Position und erst der Start erfolgt zum ersten Rennen. Die Preis von Raumthaler der 1200 Meter Marke. Magellan, der Favorit, geht gleich an die Spitze. Dahinter sieht man dann an der Außenseite die Sunny Bell. Weiter an der Innenseite dann Fashion Queen und am Ende des kleinen Feldes, der galoppiert cool. Die Pferde sind im Schlussbogen angelangt. Unter der Führung von Magellan geht es aus dem Scheitelpunkt heraus in Richtung des Einlaufs Sunny Bell. An der Außenseite zweite. An der Innenseite sieht man dann Fashion Queen mit Meki Kadidu. Und am Ende des Feldes hat Anschluss cool mit Martin Seidel. So geht es jetzt in den langen Bremer Einlauf hinein. Noch 650 Meter Magellan weiter vorne. Magellan führt die letzten 500 Meter. Sunny Bell kann folgen. Dahinter muss dann an der Außenseite Fashion Queen umboxiert werden. Ganz an der Außenseite kommt cool besser in die Partie. Magellan noch an der Spitze. Magellan führt Sunny Bell wird aber stärker und drückt Sunny Bell in den Idlinger Farben. Ist jetzt an der Seite von Magellan. Sunny Bell jetzt sofort davor. Magellan dahinter kommt jetzt an der Außenseite auf Fashion Queen angeflogen. Die wird stärker. Fashion Queen an der Außenseite. Fashion Queen auf den letzten 100 Metern. Fashion Queen ist vorne mit Meki Kadidu. Dahinter dann Sunny Bell. Und Fashion Queen wird das Rennen auch gewinnen. Und dann führt die Siegbörse nach Dresden. Fashion Queen gewinnt vor Sunny Bell. Dahinter dann Magellan auf dem dritten Platz. Und viertes Pferd dann cool. fill in den nächsten 100 Metern. Fertig. Fröhlicher. Ordens. Alter. Fertig. 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 ...hinein noch 650 Meter, Magellan weiter vorne, Magellan führt die letzten 500 Meter, Sunny Bell kann folgen, dahinter muss dann an der Außenseite Fashion Queen umboxiert werden. ...der Außenseite einlaufen im ersten Rennen, der Preis von Rauenthal, einer Zweijährigenprüferung, der lautet 2, 4, 1. Das sind die vierte, 2 Fashion Queen, 4 Sunny Bell und 1 Magellan. ...Fashion Queen an der Außenseite, Fashion Queen auf den letzten 100 Metern, Fashion Queen ist vorne mit Miki Kadidu, dahinter dann Sunny Bell und Fashion Queen wird das Rennen auch gewinnen und entführt die Siegbörse nach Dresden. ...Fashion Queen gewinnt vor Sunny Bell, dahinter dann Magellan auf den dritten Platz.